Das heißt, da ist ein Aufkleber vergrübelt. Mensch, Mensch, Nationalmannschaft. Oh, scheiße, da ist keiner, der ist ja jetzt mal drauf. Der ist ja wie laut, der ist klar. Papier, zeig mal ein Fisch, wie man so gut isst, der kann das nicht. Der stellt sich an. Ey, kannst das auch nicht? Nein. 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 Hoppa-bub-bub-bub-bum. Na? Du hast ja einen Fisch. Spächer.